Ein Stückchen noch so, ich bin immer füßig. Ui, ich bin immer füßig. Ja, super, da müssen wir jetzt noch ein bisschen... Ja, jetzt haben wir noch Platz. Noch einmal Platz. Ah, da hat er kurz sie. Die Fürstin. Die Fürstin, ja. Und die Quälenkönigin. Die Quälenkönigin. Die Quälenkönigin. Was ist das? Hey, Tima, hast du noch was übrig? Leer oder was? Die Sissi, die Sissi. Jetzt sehen wir sie wenigstens schön. Wir waren bei der Sissi in Corfu im Schloss. Echt? Ja, super. Toll. Männlich oder weiblich in der Mitte? Männlich. Was macht eure Kutsche? Super. Ich habe euch die Woche im Fernsehen gesehen. Schon wieder, gell? Schön. Ganz toll war's. Die schöne blaue Kutsche. Schön habt ihr sie gekauft. Ja, aber gibt dafür die Resi mit. Hä, die Resi fährt er mit. Die waren die Woche beim Trögel-Trop. Echt? Ja. Da haben sie eine blaue Kutsche gekauft. Echt? Schön doch. Ja. Ich meine, seid ihr wieder zu sehen? Wir drehen im Moment für FOX 21 neue Sendungen. Echt? Ja. Ich kenne nur die Brücke Nauerin. Die Tänzerinnen. Echt? Ja, die haben vorhin getanzt. Ja, die haben vorhin getanzt. Nee, das waren nicht. Ja, bist du was? Nie, war's an. Ja gut. Ja, gut. Ich darf kennenged 2020. Ja? Ja. Ja, du warst. Ja, was solltest du machen? Nee, na. Ja, danke. Da müsstest du doch jetzt Kettles verteilen. Ja, ja. Nein, das weiß ich doch. Das ist super, das ist schön. Ja. Der ist auch schön, oder? Echt auch schön, den haben wir vorhin schon mal kommen sehen. Ja. Hallo, ist euch? Ja. Aber dann auch mit Schirm. Bisschen mit Schirm, ne? Zwei waren mit Schirm. Zwei waren mit Schirm, okay. Wir sind ja später dazugekommen. Wieder hochgekehrt. Ja. Ja. Genau. Genau. Hallo. 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 Grüß euch. Das ist die Rosenkönigin. Ja. Das ist aber sehr schön. Guten Abend. Das ist ein hemsches Ding, ne? Boah. Boah. Bisschen. Ja. 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 Jetzt kommt die Schirm. Ja. Ja. Schau mal. Da, ne? Schön da. Männlich, gell? Nein, gar nicht. Da, da, da. Und da. Da, 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 da. Hey. Ja. Super. Jawoll. Jawoll. Schön. Prima. Hahaha. Weißt du, was ich gehören würde? Super. Hey. Bist du anständigst, ne? Hahaha. 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 Das lockert wenigstens den ganzen Ballen weg. Ja, genau. Hahaha. Die Jungs zu teuren Kleider kommen überhaupt mit zum Vorschein. Eben, oder? Ja, schon. Ja. Die hat früher auch eine Bar in Gran Canaria gehabt, glaub ich. Hahaha. Vielleicht. Ja, aber echt. Hallo. 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 Guck mal. Ah, gut. Hör. Guck mal auf. Hör. Guck mal auf. Hör. 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 Dã hurry. Hör.